Ihr habt euch schon immer gefragt, wie ihr euer altes Handy mehr Leistung zuweisen könnt? Ich habe hier für euch die Antwort, gleich nach dem Intro. Bevor wir unser Handy mehr Leistung zuweisen können, brauchen wir erstmal unsere Ausstattung. Die besteht aus drei Bestandteile. Eine Plastikschüssel von Rosalini für geschlagene 7,35. Eine Lupina Dose für 1,79 und zuallerletzt eine attraktive Mountain Dew Flasche für genau 5,94. Wenn ihr genau diese drei Produkte beisammen habt, können wir nun mit der Leistungsverbesserung eures Handys anfangen. Als erstes wird das kostbare Lupina in die wertvolle Plastikschüssel von Rosalini reingeschüttet. Das Ganze wird dazu gemischt mit ein bisschen Mountain Dew. Um den scheußlichen Geruch von Lupina abzudecken, benutze ich Bibis Sahne, Bilou. Wobei dies eigentlich nicht gebraucht wird, um die Systemleistung eures Handys zu verbessern. Zuallerletzte legen wir das Handy ganz vorsichtig in die Flüssigkeit rein. Nach 20 Minuten ziehen wir das Handy raus und können nun jede Anwendung auf dem Handy flüssig genießen. Ich hoffe dieses Tutorial hat euch nicht weitergeholfen und bis zum nächsten Mal, haut rein!